Hallo Welt, da sind wir wieder hier in unserer Lagerhöhle. Oben ist unser Lager, hier ist die Höhle, das ist die Lagerhöhle. Leider können wir kein Fleisch trocknen, haben wir festgestellt. Und wir wollten in der letzten Folge doch gucken, was wir aus den Seilen so alles herstellen können. Mal sehen, hier unten ist es sicher. Hier haben wir einen super sicheren Platz, endlich einen Zufluchtsort. Unser Baumhaus interessiert uns eigentlich schon gar nicht mehr. Ja, wir brauchen, um aus den Seilen etwas herstellen zu können, brauchen wir wohl immer irgendein Fell, das wir nicht haben. Und zwar viel davon. Hasenfälle brauchen wir viel. Oben Hirschfälle für einen Wasserschlauch, das ist auch gut. Hasen, Hasen, Hasenstoff, Hasen, was ist das, ein Wildschwein? Was, das kann nicht sein. Für den Steinbeutel, das ist doch kein Wildschwein. Drei Seile auf dem Wildschwein. Das kann nicht sein. Wir haben doch schon mal einen Steinbeutel, haben wir doch schon mal gebaut. Steinbeutel. Stoff. Stockbeutel. Nie im Leben. Wir haben doch nie ein Wildschwein, haben wir doch niemals erlegt. Das kann doch nicht sein. Denn wir haben doch hier einen Steinbeutel schon mal gebaut irgendwann. Oder haben wir schon mal ein Wildschwein erlegt? Nein, mitnichten. Was kann man denn noch so aus Seilen machen? Wir brauchen ganz, ganz viel Fell. So Rehe und sowas, alles schade. Lagern kann man die auch nicht. Haben wir einen Seillager vielleicht? Lager. Wo sind die Lager? Kleine Fallen, da gucken wir gleich noch mal. Ja, da gucken wir gleich noch mal rein. Möbel. Freies bauen und Lagerung. Seile lagern. Waffenhalter. Sprengstofflager. Kleiner Schrank. Ja, wir müssen gucken, hier unten können wir ja die Baumstämme nicht reinbringen. Also müssen wir gucken, dass wir hier irgendwas bauen, wofür wir also nur Stöcker brauchen. Wir könnten ein Waffenlager hier reinstellen. Ich wüsste jetzt nicht so genau, wofür. Ein Felllager bräuchten wir eigentlich nicht. 20. Rüstungsgestell ist auch gut. Pfeilkorb. Ja, das sind so Sachen. Knochenkorb? Ja, das sind so Sachen. Gut, da kann man ja ordentlich dann sammeln. Also Knochen kann man ohne Ende anlegen. Und Fell und Rüstungsteile und Pfeile. Alles so Sachen, die man nicht findet ohne Ende. Die guten Sachen, von denen man immer zu viel hat, die kann man, da kann man kein Lager anlegen. Wir werden jetzt aber nicht wie wild hier Lager anlegen. Ja, der Kran. Ja, nee, wir bekommen ja die, wir bekommen ja hier die Baumstämme nicht runter. Also lassen wir das auch mal hier mit den Möbeln. Ja, eine Holzbank wäre sehr schön. Wir bauen den Stuhl. Wir bauen diesen Stuhl. Dafür brauchen wir auch wieder, ja, wir brauchen hier unten sowieso noch Hasenfälle und sowas. Oh, und ja, für den Stuhl brauchen wir auch sogar Reh, wie es aussieht, Rehfell. Einen Pflanztopf hier runter? Ach, da brauchen wir auch wieder 25 Stöcker. Ein Stockrahmen. Ich frage mich, was das soll. Ein Bild, wahrscheinlich ist das Deko. Ein Bild, ich vermute mal, das ist ein Bild. Was für ein Vogelhäuschen, naja, das wird hier unten wohl kaum was bringen. Oder Nachtvögel? Hm, vielleicht Motten. Motten fliegen nachts. Sind Motten Vögel? Nein, wahrscheinlich nicht. Aber die fliegen nachts. Ja, dann allenfalls eine Fledermaus vielleicht. Uh, Fledermäuse. Eine Blattfalle könnten wir bauen. Gut, gucken wir mal bei den Fallen. Einen Hasen werden wir hier unten nicht fangen. Und wir brauchen oben so etwas hier. Eine Schlingfalle. Das ist gut. Benötigt also zwei Stöcker nur, fünf Bäume und ein Seil. Das ist schon mal gut. Und eine Steinschwungfalle. Naja, wir müssen es ja nicht unbedingt übertreiben. Aber diese Schlingfalle finde ich sehr gut. Ein Katapult. Naja. Weiß ich nicht. Was passiert denn noch alles? Vielleicht bauen wir uns mal ein Boot und stellen da ein Katapult drauf. Ja, sind wir weitergekommen mit dem, was wir hier bauen wollten? Ich dachte an noch ein Stocklager, ein Steinlager. Aber erstmal sollten wir zusehen, ein Felllager, genau. Erstmal sollten wir aber zusehen, dass wir den Stuhl fertig kriegen. Und dann sollten wir als weiteres zusehen, dass wir auch oben mal die... Oh, Aloe Vera können wir schon wieder bauen. Irgendwas aus Aloe Vera, Chicory haben wir gesammelt und Sonnenhut haben wir gesammelt. So, und da haben wir... Weiß man jetzt nicht, was das war. Ich glaube, Energiemischung Plus war das. Ach, mehr können wir nicht sammeln davon. Mehr können wir nicht tragen davon. Ja, wir haben keine, 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 keine Ringelblume haben wir nicht gefunden. Genau, daraus könnten wir nämlich noch was machen. Ja, dann sparen wir uns das auf. Aloe Vera, das wäre natürlich gut. Ein Medizinschrank hier unten wäre gut. Ich weiß nicht. Ich würde mir einfach eine Kiste bauen. Ja, weil ich ganz genau weiß, wie man eine Kiste baut. Nur eine Tarnrüstung kann man hier aus der Echsenhaut machen, oder? Und aus den Blättern? Nur eine Tarnrüstung. Nochmal, die Echsenhaut. Was können wir daraus bauen? Nur die Tarnrüstung. Ja, dann bauen wir die doch. So, zweimal Tarnrüstung schon. Ja, gehen wir wieder nach oben. Drei Stöcke haben wir hier noch. Wieso haben wir die nicht an den Stuhl gepackt? Ach so, weil wir gucken wollten, ob wir was anderes bauen können vielleicht daraus. Ah, jetzt haben wir Nacht. Dann können wir oben schlafen. Vielleicht gucken wir nach einem Hasen. Bald können wir hier unten schlafen. Machen wir auch. Da erkenne ich doch nichts. Nachts schön in der Höhle schlafen. Schön Wasser hören wir da auch immer plätschern. Ach, vielleicht versuchen wir das doch mal, dass wir unten einen Hasenkäfig reinstellen in die Höhle. Zwei Hasenrein. Ach nee, die kriegen wir ja auch nicht da rein. Ja, wahrscheinlich nicht. Wie? Moment mal mit dem Essen. Das wird auch nicht klappen. Wo sind wir denn hier? Geht das nicht mehr rauf? Moment, da war noch einer. Ach, der andere ist hier vorne. Ja, wir müssen ja in der Nacht nicht jede Schnecke raufwecken, die hier rumkreucht. Kräuchen die, während sie schlafen? Ja, ja, Schnecken. Sieht so aus, als würden die schlafen, wenn sie laufen. Das sind ja keine Rennschnecken. Kennt ihr noch die Rennschnecke? Ja, hier fangen wir nie was. Ja, wenigstens etwas. Wie, soll das jetzt die ganze Nacht so weitergehen mit der Flüsterei hier? Sag doch mal richtig. Das ist zu dunkel und dann ist es auch gleichzeitig zu hell. Ja, wo ist die Sonne? Da ist die Sonne. Okay. Jetzt wird ja dunkel, die Sonne. Ach, so funktioniert das hier nicht. Du hast... Warum nicht? So viele Steine, ja. Wir brauchen einen Steinlager. Oh, eine Feder. Ah, vorbei. Aloe Vera können wir anpflanzen. Das machen wir auch. Aber ich hätte das Aloe... Hier hätte ich gerne neben dem... Dings hätte ich lieber... Genau, hier pflanzen wir das an. Neben dem Schlafplatz hätte ich lieber was zu essen. Nee, das ist ein Trick. Der will uns zu unserem Schlafplatz locken, damit wir da dann draufhauen und das dann kaputt machen. Gehen wir schlafen. Nachts ist nichts los. Man sieht nachts nichts. Ein bisschen gegessen haben wir. Satz sind wir sowieso. So, ab in die Falle. Ja, jetzt wird die Sonne wieder hell. Das ist gut. Ja, jetzt ist aber auch gut mit der Sonne da. Wir haben es alle verstanden. Wo sind unsere... Haben wir die? Da waren doch... Na, egal. Da ist der Hase, der immer im Kreis läuft. Den kriegen wir vielleicht. Nee. Ja, aber hier ist wenigstens noch ein Hase. Also, ich bin dafür, dass wir hier zum Beispiel Hasenkäfige aufbauen. Haben wir so viele Äste gesammelt schon? Stöcker. Da waren doch... Waren hier nicht schon die Fallen? Hier. Möbel. So, wir drehen das, damit wir auch schön von oben sehen können, ob da was reingegangen ist. Obwohl, dann sollten wir das hier irgendwo aufbauen. Na ja, im Gebüsch. Ach, das sieht man schon von oben. Oh, wir haben gar keine Äste. Und dieser... Ja, wir haben den gehackt, glaube ich, den Baum. Oh, wächst hier alle... Das ist keine Aloe Vera. Ein paar Bäumchen wachsen ja doch hier drin. Na gut. Noch mehr Aloe Vera anpflanzen. Na ja, was sollen wir mit den Samen denn sonst anfangen? Das hat aber nicht sehr gesättigt heute. Ja, komm. Da haben wir aber auch noch was anderes gerade gehabt. Das ist dieses Gift. Das ist bei den Samen. Naja, bald wird es hier wachsen. Überall. Da haben wir aber noch 24 Stück von. Was auch immer das ist. Das ist das Gift. Oh, wenn wir demnächst in der Höhle sind, werden wir mal gucken, wie wir das herstellen. Feder. Und ich vergesse doch die ganze Zeit eines. Wir haben doch hier sowas. Ich meine, schade um den Vogel, aber... Wir bekommen Federn. Spring hinterher. Nein. Lass das lieber. Und Fleisch bekommen wir. Ja, aber das Wichtigste, was wir brauchen, was wir immer brauchen, immer, immer, immer brauchen, das sind Stöcker. Da gehen wir jetzt sofort wieder auf Stocksuche. Ich finde die gut, hier, die Seilbahn. Sind denn Stöcker... Ja, komm. Sind denn Stöcker gewachsen, wollte ich fragen. Dann dachte ich mir, ja, das, wenn wir jetzt gucken, das bringt ja nie was. Aber was was bringt? Diese Schlingfalle hier. Die werden wir mal aufbauen. Wollen wir doch mal sehen. Ob wir ein Reh damit fangen. Vielleicht, wo ist die Schlinge? Hier vorne. Steine auch? Einseil. Also Schlingpflanze, also Schlingfalle meine ich, gut und schön, aber vor allem brauchen wir doch Aloe Vera. Stöcker brauchen wir. Nur nicht ablenken lassen. Wir haben einen Plan, an den wir uns halten, damit wir weiterkommen. Sonst bräuchten wir ja keinen Plan. So, und auf dieser Wiese wächst normalerweise Aloe Vera ohne Ende. Ja, wir rupfen die alle raus. Vielleicht beim nächsten Mal, wenn die nachwachsen, wächst da Aloe Vera nach schon. Da war sie. Da, schon wieder. Ach, wir sind voll mit Aloe Vera. Ja, dann brauchen wir auch keine Aloe Vera. Dann überlege ich fast schon, ob wir nicht mal ein Stück weiter dort runterlaufen. Vielleicht ist da noch ein Riesenfeld von Ringelblumen. Ja, ein Ringelblumen-Paradies hier irgendwo. Wir haben doch, sonst haben wir doch alles in der Nähe. Wir sollten nur nicht allzu weit weglaufen. Nur gut, jetzt haben wir gerade volle Energie. Also wir können noch ein bisschen. Mensch, ist das schön hier. Ja, wir haben sogar ein Dorf dort. Vielleicht können wir uns mit denen noch anfreunden. Vielleicht können wir da heiraten. Eine Eingeborene sogar. Das wäre doch schön. Oh, schöne kleine Eingeborene. Alles Vegetarier-Kinder. Also vegetarische? Nein, Vegetarier. Die kein Tier essen. Nur Pflanzen. Oh, und wenn wir die von klein auf mit giftigen Pilzen füttern, dann gewöhnen die sich vielleicht daran. Dann können wir denen immer das ganze Zeug geben, was wir nicht essen können. Ich habe die Schildquote hier schon gesehen. Die braucht wieder, um rauszukommen. Ach, hier ist das aber auch schön. So schön planen alles. So schön gerade. Eben. Oh, da kommt einer. Wir machen das mal anders hier mit der Rumrennerei, oder? Das ist zu wenig. Ausziehen können wir sie jetzt aber auch nicht mehr. Oh, die wird weg sein. Das Reh. Erst mal die Kröte. Nee, der Panzer mitnehmen. Ah, gut. Okay, kleine Exkursion ist beendet. Das Reh ist weg, oder? Ist es betäubt? Wir hätten einen vergifteten Pfeil hätten wir nehmen sollen. Der letzte. Das hätte noch passen können. Jetzt rennt hier irgendwo ein Reh rum mit unseren Pfeilen. Da unten ist ein Lager. Liebe Welt da draußen, in der nächsten Folge gucken wir mal, was wir dort am Lager finden. Diese Folge ist vorbei und ich bedanke mich für euer Zusehen, für eure Kommentare und für eure Likes. Daumen hoch für euch. Macht's gut. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss. 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 Tschüss.